Wir Piraten stehen für Tierschutz. Wir wollen die Einrichtung eines hauptamtlichen Tierschutzbeauftragten als Ansprechpartner für Menschen, die Fragen haben und als Stimme des Tierschutzes hier in Schleswig-Holstein, so wie es andere Bundesländer schon getan haben. Es ist ja schön, dass wir Sie überzeugen konnten, wenigstens einen ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten jetzt einführen zu wollen. Wir raten wirken, aber echter Tierschutz kostet eben auch Geld. Und deswegen sagen wir, wir brauchen einen Unterbau, um die Aufgaben bewältigen und die Arbeit leisten zu können. Deswegen 300.000 Euro in unserem Haushaltsansatz für einen hauptamtlichen Tierschutz.